Hey Leute, ich bin die Anna, ich bin hier bei Utopia und Utopia hat zudem noch ein super cooles Projekt am Laufen. Wir haben hier Hunde aus der Ukraine zum Beispiel, die dringend ein neues Heim suchen. Wir haben zum einen Welpen und auch ältere Hunde, die super lieb und zutraulich sind. Utopia bietet die Chance, dass man den Hunden ein neues Heim schenken kann. Die blendende Nummer ein, die Hunde werden alle vorgestellt und ihr könnt euch euren Liebling raussuchen. Das ist eine mega coole Aktion, denn egal ob jung oder alt, ich glaube, jeder sucht ein neues Heim.